Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich, Wolfhus und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Division Rivals Spiel. Die Terrier, den Ball hält er fest, gute Aktion. Schöner Angriff von den Rebels. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Pfosten. Sie bekommen den Eindruck. Kein Tor. Es bleibt jetzt mal was unentschieden, weil das Anu was dagegen hat. Also wenn der nicht Terrier sein zugemacht, weiß ich es auch nicht. Na ja klar. So haben Sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Der spielt das zu clever, ey. Boah, warum drücke ich kreis? Das ist es mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also der Winkel einfach zu spitz. Gutes Take-Link. Er lässt sich da nicht aufpassen. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Es gibt Abstoß, da hätte er nicht aufmachen können. Super gehalten, neben der Szene Fein für eine Aktion. Und Lewandowski. Jetzt haben Sie den Ball. Schöner Pass jetzt. Neuer macht zu, ganz sicher. Verhindert der Treffer aus kurzer Distanz. Jetzt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Jetzt kann das Tor fallen. Blockt ab. Da haben Sie den Ball. Viel Einsatz. Szene geht weiter. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Sané bietet sich da jede Menge Platz auf außen. Aber wir sehen es. Ballverlust. Ja, das hat er geahnt. Ja, das hat er geahnt. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier steht es. 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Drehblick geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Jetzt die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Jetzt Lewandowski. Mit dem Ball. Sané. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Der Ball kommt hoch ein. Mit etwas weniger Vorwärts geht der rein. Es sah mir ganz genauso aus Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Und er gewinnt den Zweikampf. Ballgewinn. Gefährliche Position. Da sind sie da. Guter Block. Chance zum Anschlussstreffer. Gehalten, aber doch gefährlich. Nee, nee, nee. Absatz. Jetzt ist es vorbei. Gefahr bereinigt erstmal. Die Abwehr kann aufatmen. Diese Szene haben sie unbeschadet. Überstand. Jetzt können sie vielleicht kontakt. Boah, wie schlecht. Das kann man sehen, dass die bei uns immer so durchkommen. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Der kommt viel zu einfach, der Duarsch. Viel zu einfache Ballverluste. Die Anzeigetafel ist wirklich eindeutig eine ganz einseitige Partie. Klar, das gibt ja Einbruch. Das war eine schwierige Entscheidung. Die Anzeigetafel ist wirklich eindeutig eine sehr gute Anzeigetafel. Das war eine ganz neue Anzeigetafel. Das ist auch eine ganz neue Anzeigetafel. das kam mir viel weniger vor statistik sogar besser als ich sie gedacht hätte so zweiter durchgang los geht's die ich bin sicher das wird noch ein interessantes spiel jetzt die gelegenheit zur flanke ja ganz sicher den ball hat der keeper stark aufgepasst die gefahr vorbei doch mal war es mann gute ball eroberung was war sie draus williams sie machen das tor immerhin sieht das ergebnis jetzt etwas freundlicher aus neuer spielstand jetzt an er ist frei da kann was aus werden doch mal was man mann 5 1 jetzt also der spielstand und anialte er geht schön dazwischen platz zu verhalten lehrer die konter chance gewesen aber sie verlieren den ball Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Längen, entspricht aber auch ein Stück weit. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Das Tor vorliegt! Er ist alles auf den Angriff. Sie haben nur einen Angriff in der Arten. Gesteine! Und jetzt haben wir hier noch eine Treffer, mittlerweile steht es 5 zu 2. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Und dann die Alves, ein guter Steilpass hier. Und der wird nicht da. Ah, das war knapp. Gute Balleroberung hier. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wo wird dann der Hingegang hin? Seht gut aus Lewandowski. Wird das jetzt gefährlich? Ja, ja, ohne große Mühe, den Ball abgefangen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Da ist Samuel Chupuese. Der Hingegang. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Jetzt wechseln sie hier aus. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiterhin bedränglich. Der Ball spielt dann gleich wieder zurück. Die Chance für Haaland. Herr Acht, des Torwartens der Erde Stuttdick. Den musst du erst mal von Dorff aus treffen. Und den Spielstand möchte ich nochmal betröten. Es steht 5 zu 3. Exzellentes Zweikampfball. Und ab jetzt versucht es das Auswärts-Team mit Gressing. Ich stelle dir um, er höre ich. Heiß. Tja, kann er den mit dem Stenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Ja, komm Alter, erinnere noch. Ja, kommen Sie nochmal ran in diesem Spiel. Was für ein Fußballspiel. Ein echtes Schützenfest heute. Nun steht es hier tatsächlich 5 zu 4. Die Chance für den Kontern. Ja, das könnte sein. Jo. Jo. Jetzt hat er sich seinen Momentum kaputt ausgewechselt. Dann zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Klasse tat der Sägen. Da lenkt er den Ball noch über die Latte. Da gibt es schon wieder Eckstuss. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte Treffer verdient gern. Ballverlust. Ach, schade. Gar nicht einfach. Der war wirklich gut. Christopher Ankunku. Fast noch der späte Rückstund. Aber er macht zu, verhindert den Treffer. Er ist eine Platzverrate. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Da wäre Platz für einen roter. Können Sie was raus machen aus dieser Szene? Alter Schweden. Und das wäre ein zweites Bundesliga-Dengang. Vielleicht geht jetzt doch noch was. So, was machen sie draus? Christopher Nkunku. Jetzt vielleicht. Ganz stark abgeblockt. Super mitgespielt. Da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier den Treffer verhindern. Na, Absatz aufgehobt. Aber kein Tor, Wolf. Kein Tor, das wird sie ärgern. So, Nachspielzeit angezeigt. Gebt nochmal zwei Minuten drauf. Jetzt können sie flanken. Keine richtige Fahrt. Der Kopfball landet neben dem Tor. Ja. Wir waren 5-1 oder 5-2 innen. Alter. Was ne Halbzeit. Also die 2 war komplett Gegenteil von der 1. Und der war sich so ein...